So eine Hast, dadurch werdet ihr aber auch nicht wirklich schneller. Du hängst schon wieder da fest. Hier lang gibt es nichts mehr. Hier ist nur der Weg raus. Na gut. Das heißt, wir gehen dann nachher wieder hierher zurück, da rüber. Also ne, hier haben wir definitiv schon alles geplündert. Und hier oben ist auch nichts mehr, okay. Das heißt, ich zerlege die große Wargrobe da drüben. Und vielleicht auch gleich die Phantomgrube. Auch wenn die ziemlich stark festigt ist. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Aber ja, man sieht, die Elfen haben auch komische Geheimnisse. Also, was das deepest sind? $5. . Your order is clear. Ich frage mich, was da noch in der Höhle drin versteckt ist. Ah ja, das passiert mich gerade nicht, diese Seite, weil das ist eine Phantomhöhle da oben. Eine ziemlich gut verteidigte Phantomhöhle. Wir sind die wirklichen Meisterinnen. Wie Sie bitte. Keiner kann sich mit uns vergleichen. Ja! Ja! Die Meisterinchantress ist hier. Bringt das Ding um? Jetzt kommen die auch noch? Äh... Die Meisterinchantress ist hier. Ja! 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 Die Meisterinchantress ist hier. Also zwei Boroklager. Die Meisterinchantress ist hier. Die Meisterinchantress ist hier. Ja! Die Meisterinchantress ist hier! Die Meisterinchantress ist hier! Vampirismus. Feuerball. Also... we are best we await our instructions no one can compare with us will do our best will do our best your order is clear your order is clear imperial außenposten was der braucht zum wachsen meine hilfe ihr könnt doch nicht mehr weiter wachsen it's important not to make a song we are the true masters fall in we await our instructions yes yes i'm almost there yes to call for me this is my chance this is my chance your order is clear yes sie hat ein level abgekriegt so bevor da noch mehr phantome rauskommen schicke ich sie mal da sie auch immun gegen phantom angriffe ist gegen die meisten mal dahin um das zeug einzusammeln ja die beiden sachen müssen zum imperialen außenposten bereitet ein labor vor ich brauche ein labor um dort meine experimente auszuführen die königin befahl mir ein kristallstück zu untersuchen das interessiert mich allerdings genauso sehr wie sie okay nichts neues mehr von elias große monsterhöhle das ist gut mal zwischendurch wieder ein quicksafe machen und ja jetzt jetzt kann ich sie eigentlich in die höchste stufe heben das works better than i do although he is already dead yes we're ready what would you like me to do who we're ready this works better than i do packen wir mal das ganze holz hier hin so so jetzt ist sie in der stadt und ich müsste sie ich kann sie nicht aktualisieren ich kann sie nicht zu einer elementaristin machen das ist interessant yes 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 at your service yes we are the true masters dann geht ihr bei ihr mal das die beiden sachen bei denen ab hmm den zauber finde ich gar nicht mal so schlecht den nehmen wir ja yes my lord we'll do our best looks like the calm days are over wirst du mich veralbern yes my lord your order is clear we'll do our best we'll do our best yes my lord wie kann man an paladin hängen bleiben your order is clear your wish is our command so gehen wir mal die beiden sachen ab we'll do our best your order is clear we'll do our best so your instructions is here okay nichts neues von meinen beiden städten at your service yes my lord your order is clear your order is clear your order is clear your order hättie ja auch gleich steine kaufen könnte ich werde die grad sein naja machen wir nachher fall in looks like the calm days are over jetzt ist erstmal der naturknoten hier dran Yes, my lord. We'll do our best. Your order is clear. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. Yes? We'll do our best. We'll do our best.